Die Mischung in Stuttgart ist in Gefahr. Das ist eine Gefahr, weil insbesondere in den innerstädtischen Wohnquartieren die Miet- und auch die Kaufpreise erheblich angestiegen sind und einkommensschwächere Haushalte an die Ränder der Stadt gedrängt werden. Wir sehen eher die Gefahr, dass die Baugebiete, die für diese Innenentwicklung zur Verfügung stehen, also innerstädtische Gebiete, nicht ausreichend für den riesigen Bedarf. Also ich sehe kurzfristig schlichtweg keine Möglichkeit. Wir haben in der Notfallkartei des Amtes für Wohnungswesen ohne Flüchtlinge schon 4000 Fälle. Neuste Meldungen über 4000 Fälle in der Notfallkartei des Amtes für Wohnungswesen. Jährlich werden zurzeit zusätzlich 1500 Wohnungen circa gebaut. Das heißt also nun, um allein den Bestand an denjenigen Einheimischen, die auf eine Wohnung warten, abzubauen, wird man Jahre brauchen. Und wenn jetzt die Flüchtlinge noch mit einem Wohnraumbedarf dazukommen, dann kann es nur sein, dass sie sich genauso anstellen müssen in der Kartei des Amtes für Wohnungswesen, wenn sie sich nicht auf dem freien Markt bedienen. Wir haben im letzten Jahr, wenn die Zahlen richtig sind, in Stuttgart 22 sozialen Mietwohnungen bei einer Einwohnerschaft von 600.000 neu genehmigt bekommen. In diesem Jahr sind es bis Ende Juni ungefähr 45 Sozialwohnungen gewesen. Das ist viel zu wenig. Ich kann mich entsinnen unter Zeiten von Oberbürgermeister Rommel, dass in einem Jahr bis zu 1000 Sozialmietwohnungen in Stuttgart fertiggestellt wurden. Wir müssen wieder in ähnlichen Dimensionen denken. Ich sage jetzt mal ganz einfach, das Bündnis für Wohnen müsste ausgeweitet werden auf ein Bündnis Wohnen Region Stuttgart. Weil es kann nicht passieren, dass nur die Armen und Kleinverdiener in Stuttgart ein Sozialwohnungsangebot finden und die mittleren Einkommensschichten Angebote in den Umlandgemeinden bekommen, um dort ein Einfamilienhäuschen hinzustellen. Das ist für die Sozialstruktur auch in der Region nicht gut. Es ist auch darüber hinaus ungerecht. Also alle Kommunen, alle Städte in der Region müssen gemeinsam an einem Strang ziehen und die Wohnungsprobleme der Gegenwart und auch der Zukunft angehen.